Perfektion zu erlangen war schon immer ein beschwerlicher Weg. Das beste Ergebnis zu erzielen, bedeutet innovative Lösungen zu entwickeln, um brillante Leistungen zu erbringen. Manchmal sehen wir gewisse Herausforderungen auf uns zukommen und manchmal treffen sie uns auch unerwartet. Doch dann erinnern wir uns an dieses eine Gefühl, die Freiheit, die wir nach Erreichen eines Ziels verspüren. Sie motiviert uns weiterzumachen, treibt uns täglich dazu an, noch besser zu werden. Die eine Vision vor Augen, Großes zu leisten und zu den Besten zu zählen. Wenn komplexe Aufgaben gemeistert werden. Wenn Streben nach Präzision neue Standards setzt. Und wenn aus losen Bekanntschaften intensive Beziehungen werden. Dann wissen sie, dass sie jemandem begegnet sind, der ihre Leidenschaft teilt. Jemanden mit demselben Antrieb wie sie. Dem stetigen Anspruch auf Perfektion. Zusammen in einem Team, das sich gegenseitig immer wieder zu neuen Höchstleistungen treibt. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Lassen Sie uns gemeinsam das nächste Kapitel schreiben. Wir sind dafür bereit. Göring. Das Know-how von morgen.